Musik Guten Morgen! Guten Morgen, Herr Streng! So, ihr wisst ja, heute gibt es die Zeugnisse, für manche von euch ist es schlecht ausgefallen und ich teile jetzt einfach mal aus. Musik Was tun beim schlechten Zeugnis? Tipp 1 Für eine Nacht ein Hotelzimmer reservieren Musik 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 Ja, hallo, ich wollte noch fragen, ob ihr vielleicht für eine Nacht im Zimmer reservieren? Tipp 2 Die Mutter ignorieren Musik Musik Tipp 3 Das Zeugnis mit T-Backs verbessern Musik 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 Tipp 4 Das Zeugnis wegschmeißen Musik 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 Tipp 5 Einschleimen Musik 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 HWY RUN INTO THE MIDNIGHT SIGN THE WHEELS GO ROUND AND ROUND Tipp 6, das Zeugnis verbrennen. Tipp 7, die Noten verbessern. Tipp 8, das Zeugnis verstecken. 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 Du bist heute meine Aztin, meine Aztin. Wir machen Faxen, wir öffnen heute... Oh mein Gott. Tipp 9, auswandern. Tipp 10, das Zeugnis aufessen. Tipp 10, das Zeugnis aufessen. Jo Leute, das war's mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr natürlich wie immer den Daumen nach oben drücken. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ciao, ciao.